So, wir machen mal was ganz besonderes. Wir schauen mal, wo... 7.50 war noch das Ding, okay. Nachdem wir jetzt so noch unviel Schulden haben, aber ich möchte trotzdem was tun. Wenn wir schon in Schulden sind, dann machen wir das gleich fertig. Ich sammle alte Traktoren und deswegen würde ich mir gerne hier den mieten. Wir machen mal was. Ich bin jetzt direkt vom Ausland. Ich bin jetzt am Ausland. Ich bin jetzt am Ausland. Ich bin jetzt am Ausland. Untertitelung des ZDF, 2020 Standardmäßig 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 Wir nehmen den einfach ohne Kabine. So viel kann das so. Und das war es eigentlich so ziemlich. So viel kann das so. So, schaut halt gut aus. Ziemlich laut hier gerade. So. 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 Aber gut. Jetzt hat die Autofahrer echt anstrengend da. Da wollte ich hier gar nicht hin. Soll ich die Autofahrer echt anstrengend? Danke, dass du mal fährst. Ist so leise. Der Walddressen, glaube ich. Der Walddressen, glaube ich. Der Walddressen, glaube ich. Der Walddressen, glaube ich. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 mal schauen dass wir bis zum okh fahren dann macht er das 54er dann fahren mit dem glas zum 54er so So, schon mal das Rande. So. So, schon mal das Rande. So, schon mal das Rande. So. 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 So.